Sportwetten Samstag 28.03.2020 Gewinn, 364 Euro Autor deseltsamec Kenzi YouTube, Samstag 28.03.2020 Shimetsu S.P. U.S. Iwata Japan 1 und 2 11 zu 2 2 Euro 10 2 Euro 10 M. Bureas Weden 1 und 2 2 zu 1 1 Euro 90 3 Euro 99 Bolljan Liltres Weden 1 und 2 2 zu 1 1 Euro 75 6 Euro 98 Lohberuts Billeberger Weden 1 und 2 0 zu 5 2 Euro 45 17 Euro Elfgefle Hudikswals Weden 1 und 2 1 zu 0 1 Euro 70 29 Euro 8 Arameisk Stocksund Weden 1 und 2 1 zu 2 2 Euro 45 71 Euro 25 Heckenutziktens Weden 1 und 2 5 zu 2 2 Euro 10 149 Euro 63 Mark Arüts Wormus Weden 1 und 2 8 zu 1 1 Euro 85 276 Euro 81 Stock E-Unter-Tübi-Sweden 1 und 2 3 zu 2 1 Euro 70 470 Euro 58 Friesolentuna Zweden 1 und 2 1 zu 2 2 Euro 95 1388 21 Euro Einsatz 2 mal 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 2 gleich 1024 Schrägstrich Minus 1024,00 Euro 364 Euro 21 Schrägstrich